In Mexiko ist eine Rettung oder eine Dankbarkeit gegenüber Maria, die Jungfrau von Guadalupe, die sie eigentlich recht stark anbeten. Es gibt überall in allen Formen ein Abbild von der Jungfrau Maria. Und es war auch einmal so, da hat uns einer wirklich fast überfahren. Das war eine blöde Situation. Ein Hund kam und hat geläfft und ich musste ausweichen. Ich schaute nach hinten und schaute nach vorne und in den Staubienen und so. Da bin ich vorne gefahren. Ich meine, schimpfen kannst du auch nicht. Beide haben eigentlich einen Fehler gemacht und haben mich bekreuzigt und der auch. Das war total bleich. Das gibt so eine Kultur des Dangstensagen. Wir sind gerettet worden. Es schlägt sich überall nieder in diesen Bildnissen. Jetzt haben wir die Velos wieder ausgepackt aus dem Lastwagen, wo hinten das Eisding war. Ja, ich glaube, ich war auch stolz und zufrieden. Unser Retter in der Mitte, der Gabriel. Ungefähr 130 Kilometer weiter sind wir dann wieder auf den Landstrasse gefahren. Da sind wir auf die Ostseite gekommen von der Becha California. Das war El Rosalio. Das ist eine alte Minenarbeiterstadt, die bis vor 60 Jahren Kupfer abgebaut wurde. Das hat eine französische Minengesellschaft gemacht. Und heute im Betrieb noch ist die Kirche, die sie gebaut haben. Und das ist eine besondere Sache, weil nämlich diese Kirche 1890 in Paris hergestellt worden ist. Und zwar hat sie der Eifel konstruiert. Die ist dann abgebaut worden und verschifft bis nach El Rosalio an der Baca California in Mexiko. Dort wieder aufgebaut. Und dort steht jetzt die Eisenkirche. Wir hatten ja Diskussionen untereinander. Und ja, um den Weg weiter zu fahren überhaupt. Wie bewegt man sich da in dieser, manchmal sehr sehr komischen Situation, in der es eigentlich mit dir selber reisst und du irgendwie etwas nachreisst, aber gar nicht genau weisst, was das ist. Die Bewegung, also das Weiterkommen. Hier ist jetzt plötzlich zum Beispiel einfach ein Ballon, ein roter Ballon, der ist da durchgeschwebt. Und offensichtlich wollte er auch fotografiert werden, weil in dem Moment, wo ich abgedruckt habe, ist er sehr prägnant hier. Es musste dann auch Milch sein. Und ja, gestärkt sind wir dann auch als Einheit wieder weiterzogen. Einen Strandtag hatten wir. Die Mexikaner gehen auch gerne auf den Strand. Die stellen dann Dauti ganz naheinander und hören auch gerne Musik und auch relativ Leute. Und so hast du dann die nicht gross unterschiedlichen Musikstille, alle miteinander dann zusammen, sind die dann hörbar. Das ist die eine Erinnerung und die andere war der Sonnenbrand, wo alles gnadenlos eingefangen hat. Mit dem Schiff über den Golf von California aufs Festland hin. Das ist wie ein neuer Abschnitt dieser Reise. Und ja, wir waren auch gespannt, was uns erwartet, weil das Gebiet selber ist als gefährlich taxiert worden, wo wir dann herkommen. Auf der Reise selber hat man den Mexikanern angefangen zu erzählen, von seiner Mutter, die gestorben ist, und dass er ganz ein Böse gewesen sei, also auch in der Kriminalität ihnen verhangen gewesen sei. Und jetzt wollte er ans Grab von seiner Mutter reisen, die sei jetzt gestorben und er sei geläutert. Er wollte überhaupt nichts Schlimmes mehr machen. Ich wollte dann mit diesem Mann nicht alle meine Geheimnisse teilen, aber er wollte offensichtlich diese Erweckungsgeschichte erzählen.